Willkommen zu Arten von Zockern, wenn man Datenvolumen anstatt WLAN benutzt hat. Jetzt eine Runde Clash of Clans. Mein Sohn, wie war die Schule? Maul. Zwei Minuten später. Sie haben kein Datenvolumen mehr. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein, nein. Ja, nein. Ich hatte mein WLAN aus. Was soll ich jetzt in der Schule machen, wenn ich Pause habe? Der, der das Spiel zu ernst nimmt. Okay, gut Freunde, seid ihr bereit? Ja, wir können loslegen. Bevor wir in der Multiplayer-Battle reingehen und dann angreifen, will ich noch eure Taktik hören. Also, mein Vorschlag wäre es zuerst die Mauern aufzubrechen und dann gezielt mit Kobalten die Schätze anzugreifen. Ist es dein Ernst? Hab ich das verdammte Meeting vereinbart, um nur Münzen und Elixier zu sammeln? Naja, unser zukünftiger Plan ist ja Reserators abzugraden. Also wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt Münzen sammeln würden, also ich verstehe nicht. Ruhe! Ich will den Kampf mit drei Sternen beenden und verdammt nochmal Trophäen sammeln. Habt ihr mich verstanden? Na los, gib mir andere Vorschläge. Ich wäre dafür, dass wir mit Riesen gezielt die Verteidigung ausschalten und dann einfach ganz klassisch mit dem Barbaren in den Kampf ziehen. Nach meinen Berechnungen bekommen wir mit dieser Taktik eine 64-prozentige Chance, die drei Sterne zu holen. Gut, du hast mich überzeugt. Du bekommst deine Gehaltserhöhung. Was? Wie viel bekomme ich? Das doppelte Gehalt. Das Doppelte? Warte mal, ich bekomme nicht einmal Gehalt. Genau! Das Doppelte von Null ist? Was? Zwei mal Null. Zwei mal Null? Ist noch immer Null, hä? Dein Gehalt bleibt gleich. Gratulation. Der, der das Spiel immer pausieren muss. Ich greif jetzt ein Dorf an. Okay, let's go. Mein Sohn, Essen ist fertig. Komm jetzt sofort. Mama, ich spiele gerade. Dann drück kurz auf Pause. Mama, das ist ein Online-Spiel, das kann man nicht einfach so pausieren. Doch, alle Spiele kann man pausieren und jetzt kommt Essen. Komm schon. Ich komme gleich. Wenn du in den nächsten fünf Sekunden nicht erscheinst, dann kratsch mein Lieber. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fertig, drei Sterne. Na dann komm! Ich komme ja schon. Der Anfänger. Clash of Clans. Jeder meiner Freunde zockt das. Ich muss das auch mal probieren. Ah, ich muss eine Kanone kaufen, um mich zu verteidigen. Wo soll ich die platzieren? Hier? Nein, 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 das ist zu weit weg. Da kann ich mich nicht verteidigen. Da ist es perfekt. Ja. Ja. Du kannst ein paar Juwelen ausgeben, um die Sache zu beschleunigen. Nein, auf gar keinen Fall. Da spare ich lieber meine Juwelen. Die brauche ich später. Ah, mich greifen Kobold an. Meine Kanone. Ja. 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 Oh, jetzt muss ich selber angreifen. Ähm. Okay. Einer hier und einer da. Da kann die Kanone nicht so links rechts schießen. Ich bin so schlau. Ja, ich habe drei Sterne geholt. Das muss ich meiner Mutter sagen. Mama? Ja? Ich habe drei Sterne in Clash of Clans bekommen. Oh. Super. Freut mich für dich. Ähm. Kommst du jetzt essen? Maul. Der Clanführer. So, Leute. Jetzt seid ihr gefragt. Ich habe einen eigenen Clan für euch erstellt. Der heißt Mohis Armee. Jeder kann in meinen Clan kommen. Ihr müsst euch nur das kostenlose Spiel Slash of Clans über den ersten Link in meiner Bio oder über den QR-Code herunterladen. Und die Clan-Burg bauen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch. Das ist die kaputte Clan-Burg, die ihr zuerst errichten müsst. Dafür braucht ihr aber Elixier. Elixier bekommt ihr aus dem Multiplayer spielen oder aus dem Elixiersammler. Jetzt wisst ihr genug, um eure Clan-Burg zu errichten und euren eigenen Clan zu erstellen. Warte. Wieso ich einen Clan erstellt habe? Ahem. Das Clash of Charity Event. Bei diesem Event kriegt der Gewinner bis zu 30.000 Euro und kann diese für gute Zwecke spenden. 20.000 Euro bekommt der Clan, der die meisten Trophäen in Frankreich sammelt. Weitere 20.000 Euro bekommt der Clan, der die meisten Trophäen in Deutschland sammelt. Das ist noch nicht genug. Noch als Bonus. 10.000 Euro für den Clan mit den meisten Trophäen in beiden Ländern. Und neben diesen ganzen Preisen verlost Supercell 24 Special Winners Kids mit exklusiven Supercell Merch. Wann beginnt das Event eigentlich? Das Event beginnt am 20. Juni und endet am 4. Juli. Wie ihr mitmachen könnt. Ladet euch das Spiel über den ersten Link in meiner Bio oder über den QR Code. Joine oder erstelle einen Clan. Ladet eure Freunde ein und sammelt so viele Trophäen wie es nur geht. Und jetzt meine Abschlussfrage. Wenn du mit deinem Clan 20.000 Euro gewinnen würdest, wohin würdest du sie spenden? Schreib das gerne in die Kommentare. Der, der immer Hotspot braucht. Na gut Schüler. Ihr könnt jetzt Pause machen. Hurra. Jawohl. Gefällt mir. Bro. Ja? Du weißt ja, dass ich dich mag und dass wir uns ziemlich lange kennen. Was brauchst du? Hotspot. Schon wieder? Sorry, ich habe kein Datenvolumen mehr. Wieso hast du kein Datenvolumen mehr? Hast du kein Geld oder was? Ah. Nein! Ich hatte mein WLAN Haus. Ich teile immer mein Datenvolumen mit dir. Ey wirklich, das ist das letzte Mal. Mein Dorf wurde angegriffen. Ich muss schauen, was passiert ist. Na gut. Ja, geht schon. Danke. Du bist wirklich der Beste. Du bist ein guter Freund. Die Pause setzt zu Ende. Holt eure Bücher raus. AHHHHH! Der Süchtige. Bro? Ja? Ich habe dir ja von Clash of Clans erzählt. Mhm. Hast du es dir schon heruntergeladen? Ja, letzte Woche. Was? Du hast das Spiel schon? Mhm. Und? Wie ist es? Brauchst du Hilfe? Ich bin nämlich der Beste in Clash of Clans. Wollte dir nur gesagt haben. Soll ich dir etwas erklären? Ja. Ich hätte tatsächlich eine Frage. Um was geht? Soll ich dir erklären, für was man Münzen braucht? Oder wie man angreift? Oder wie man einen Klang gründet? Ich kann alles erklären. Das ist wirklich nicht so schwer. Nee, nee. Ich habe eine andere Frage. Ich wollte dich fragen, wie du mein Dorf findest. Besser! 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 Ah, und das ist meine Bilderbase. Du hast schon eine Bilderbase? Ja, das habe ich schon am ersten Tag erspielt. Wie lange spielst du schon Clash of Clans? Wie schon gesagt, eine Woche. Und du bist so weit? Ja, sorry, das Spiel bockt einfach so sehr. Und noch ein paar Fails. Hast du es dir schon herrung... Herrung. 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 So Leute, das war's wieder mit dem Video. Danke an Clash of Clans für Sponsoren dieses Videos. Wie schon erwähnt, könnt ihr das Spiel über den ersten Link in meiner Bio oder über den QR-Code herunterladen. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentiert in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Errnmann oder welche Errnfrau bis jetzt geschaut hat. Als klitzes kleines Dankeschön blende ich wie immer drei Kommentare von euch ein. Bam, bam, bam. Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Und... Bye.